Hi, ich bin Sabrina und ich arbeite hier im Allerweltshaus. Seit 30 Jahren sind wir hier in Ehrenfeld ein Ort der Begegnung, der Bildung, der Beratung und der Aktion. Noch sind wir hier in der Körnerstraße. Doch nach 25 Jahren müssen wir diesen Ort verlassen. Wir haben lange nach einem neuen Ort gesucht und jetzt endlich was gefunden. Hi, ich bin Jenny und ich arbeite im Allerweltshaus im Menschenrechtsprojekt. Das neue Haus, das wir gefunden haben, ist auch in Ehrenfeld. Wir sind sehr motiviert, hier was richtig Tolles, Neues aufzubauen. Und diesen mega geilen, tollen, bombastischen, geschichtsträchtigen, riesigen, umwerfenden Ort zeigen wir euch jetzt. Es werden große Räume entstehen, tolle Begegnungsräume. Es macht riesig Spaß. Macht mit, helft mit. Es geht voran. Es läuft super. Das ist unser offener Arbeitsbereich. Hier entsteht unser Willkommensbereich für Informationen und Orientierung im neuen Haus. Dieser Raum ist da für eure Gruppenstelle, Workshops und Diskussionen. Hier werden wir unsere Bildungsarbeit planen und umsetzen. Hier wird die Beratungsstelle für geflüchtete und bekannte Kinder sein. Hier entsteht Platz für unsere Kollaborationsprachterinnen. Hier entsteht Platz für unsere Kollaborationsprachterinnen. Dann biische Musik für unsere Kollaboration Intimative